Was sind die häufigsten Ursachen für Augenringe bei Kindern? Obwohl das Sehen dunkler Augenringe bei Kindern vieler Eltern und Erziehungsberechtigter alarmieren kann, haben sie in der Regel eine harmlose Ursache, die normalerweise mit wenig oder gar keiner Hilfe beseitigt wird. Dunkle Augenringe bei Kindern sind selten ein Symptom für schlechten Gesundheitszustand und in der Regel kein Zeichen für Schlafmangel. Im Gegenteil, sie Kinder sind in der Regel durch Nasennebenhöhlen oder verstopfte Nase, die in der Regel das Ergebnis von Allergien ist, verursacht. Andere häufige Ursachen sind Hauttyp, Genetik, Adenoide und vergrößerte Mandeln. Eine verstopfte Nase ist bei Kindern in der Regel die Ursache für die Augenringe. Die Verstopfung weitet die Venen unter den Augen und lässt sie dunkler erscheinen. Die erweiterten Venen lassen auch mehr Blut in die Augenpartie fließen, wodurch Violett und blaue Verfärbungen entstehen. Bei Kindern besteht die Gefahr, dass sie aufgrund von Allergien, Heuschnupfen, Erkältungen, Nasennebenhöhlenentzündungen oder vergrößerten Mandeln verstopft sind. Tatsächlich betrachten viele Kinderärzte dunkle Augenringe als einen guten frühen Hinweis auf Allergien bei Kindern und bezeichnen sie häufig als allergische Schimmer. Kinder mit heller Haut neigen auch dazu, Augenringe zu bilden. Dies liegt hauptsächlich daran, dass dünne Haut unter den Augen bei heller Haut mehr Venen zeigt als bei dunkelhäutigen Kindern. Dunkle Augenringe bei Kindern sind häufig auch genetisch bedingt. Kinder mit mindestens einem Elterteil mit dunklen Augenringen bilden mit größerer Wahrscheinlichkeit diese dunklen Formationen, da ihre Haut unter den Augen dünner ist. Gelegentlich können einige andere Zustände wie Eczeme, die die Haut trau machen, dunkle Augenringe bei Kindern verursachen. Auch wenn es nicht schadet, bei Kindern professionelle Meinungen zu dunklen Augenringen einzuholen, ist in der Regel keine ärztliche Behandlung erforderlich, es sei denn, das Kind weist auch andere Symptome auf. Ein Elterteil oder Vormund sollte sich mit seinem Kinderarzt in Verbindung setzen, wenn das Kind eine chronische verstopfte Nase zu haben scheint und eher aus dem Mund als aus der Nase atmet. Andere Anzeichen von Besorgnis sind, wenn das Kind viel schnarcht oder anhaltende Irritationen oder Hautausschläge im Gesicht hat. In den meisten Fällen reichen Hausmittel für dunkle Kreise aus, um sie zu kontrollieren. Ein solches empfohlenes Mittel ist die Verwendung eines feuchten, kalten Waschlappens, der 10 Minuten lang über den Augen gehalten wird. Wenn Allergien die Ursache für die dunklen Augenringe sind, ist es wichtig, dem Kind zu helfen, die Allergene zu vermeiden. Andernfalls, wenn das Kind alt genug ist, kann ein Allergie-Medikament ausreichen. Kinderärzte empfehlen, sich beraten zu lassen, bevor sie einem Kind Medikamente geben.